Ein bisschen gefallen, so ein bisschen am Berchtlaufer Tradition aus den Bundesländern auf Favoriten zu bringen. Wenn es sich gefallen hat, können wir es vielleicht nächstes Jahr wiederholen. Hat es euch gefallen? Gut, dann werden wir es glaube ich nächstes Jahr wieder machen. Ich wünsche euch viel Spaß und danke, dass ihr so lange da bleibt. Wiener Wahnsinn ist glaube ich ein Garant dafür, dass wir heute eine tolle Stimmung machen. Und wenn wir es uns leisten können, dann vielleicht auch nächstes Jahr Wiener Wahnsinn. In dem Sinne, einen schönen ersten Samstag in der Advent. Alles Liebe! Danke Katrin, danke Markus.